So, na gut, dann geht's das damit jetzt weiter. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier fortan angehen. Also wir können sowieso noch nicht weitermachen, sodass die Gießerei nicht steht. Also, doch, wir können schon den Stützrahmen bauen, aber wir brauchen halt das andere Zeug. Aber ich mach erstmal Krankenhaus-Prüfliste, weil ich ahne, das war nicht der letzte Unfall. Und ein bisschen Luxus ist nicht schlecht. Danach muss ich mal gucken, was ich jetzt nächstes mache. An sich will ich eigentlich die Was ich jetzt verpässt? Das ist Innovationsprozess von der Gießerei. Die mit den Materialkosten für das Stahlgemisch. Genau, das kann ich jetzt schon noch machen. Genau, also als nächstes erforsche ich erstmal die Vorlagendinge, die das hier sparen. Beziehungsweise die Sicherheitskonstruktion kriegen wir auch schnell. Also machen wir erstmal das hier, weil hier hier kann ich jetzt erstmal nicht so viel erforschen, sag ich mal. Genau. Erforsche, die Hafen bringt mir halt auch gerade relativ wenig, weil ich hab nicht mal genug Leute, um die ganzen Verladestationen zu machen. Also hier die Sammleroptimierung war noch interessant. Ähm, das ist relativ billig, ne? Okay, wahrscheinlich wäre es doch klug, das hier zu erforschen. Danach die Sammleroptimierung. Weil die Produktionsgeschichten, weil ich stelle jetzt sowieso erstmal erstmal, erstmal muss ich die Gießerei bauen. Okay, das Innovationsverbesserung mache ich jetzt erstes und danach erforsche ich die Sammelverbesserung. Abonniere, aber das kann ich mir alles sparen. Ich brauche eigentlich jetzt erstmal nur Stützbalken, ne? Ähm, ich brauche erstmal nur Stützbalken. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier das Ding hier 10 Mann abschieben. Äh, abziehen. Abziehen natürlich, ist das verständlich. Okay, diese 10, dann setzen wir hier. Wie viel sicher ist denn das hier gerade? Schädlich. Schädlich geht auch mal noch, oder? Wenn ich jetzt hier noch die Sicherheitsdinger einführen, dann ist das hier okay. Dann machen wir hier noch 20 Mann. Die können schon mal anfangen hier, dass die Konstruktion... Ach, die Balken, das geht viel zu schnell. Ah, so wie wird. Aber ich muss jetzt anfangen, Balken herzustellen. Ich brauche die halt. Ja, diese Tricksbalken sind zu teuer. Oh ja, jetzt ist das hier wieder super. Aber nur bis 16 Uhr, dann geht mich die Pumpe aus. Amor geht das Gifgas runter, dann ist alles wieder gut. So, dann können wir hier nämlich noch schön weiter produzieren. Oh, was denn jetzt schon wieder? Oh, Neuigkeiten aus London. Gute Arbeit. Du hast das Fundament des Generators fertiggestellt. Du kommst gut voran. Hier unten könnten schlechtes Wetter und Ernteausfälle schnell zum Ausstammen ganzer Kolonien führen. Diejenigen, die hierbleiben, setzen ihre letzte Hoffnung in den Erkollierungsplan der Regierung. Unsere Firma wurde von Oppositionspolitikern der Preistreiberei bezichtigt. Natürlich handelt es sich dabei nur um üble Nachrede. Leider haben wir die Kontakt zu Standort 120 verloren. Wir hängen die Koordinaten an und würden es zu schätzen wissen, wenn du ein paar Männer schicken könntest, um dort nach den Rechten zu sehen. Wir werden unser Bestes geben. Das ist nicht demotiviert, wenn ich da meine Leute hinschicke. So, Wildbeuter nach Standort 120 schicken. Der ist da. Warte mal, ich habe doch hier meine Wildbeuter sowieso on route. Die kann ich auch da hinschicken. Arbeiterlager. Ich bin immer der Meinung, dass wenn ich die jetzt erst nach Hause schicke, dass das denn irgendwie schneller geht, oder? Na komm, das dauert jetzt einen Tag Dings. Die sind in 10 Stunden bei mir zu Hause. Das hätte ich, glaube ich, mal gleich machen sollen, ne? So, bestellen. Kann ich noch nicht, aber gleich kommen erstmal die Dampfkerne. Aber die bringen... Die Dampfkerne bringen mir halt aber eh relativ wenig. Wie lange dauert denn das hier noch? Drei Stunden, wo das heute noch fertig ist? Ne, Mist. Aber zumindest unsere Nahrung scheint wieder ganz gut dazustehen. Na, immerhin. So. Ich muss nachts die Flieger am Abreisen. Wollte ich das nicht gestern schon machen? Muss ich die Leichen eigentlich zurückschicken? An sich wäre es ja klug, die Leichen vorzuhalten, ne? Aber dann könnte ich nämlich mit der gewonnenen Leichenenergie... Also, das ist quasi ja Motivation auf Halde, ne? Die Leichen nicht zu verschicken. Gut, das kostet halt in dem Moment Stahl. Aber... Das... Das bringt ja einen Motivationsboost, wenn ich Leichen in Stahlsärge packen. Und zwar in großen. Dann wäre es doch eigentlich klug... So, ich würde gerne diese Hütten hier abreißen. Danke. Dann wäre es doch eigentlich klug, sich die Leichen nicht sofort zurückzuschicken, sondern dann, wenn man es braucht. Ne? War schön. Das klingt ein bisschen unmenschlich, oder? Wenn man das so sagt, so... Na ja, dann verschicken wir halt die Leichen. Da haben wir noch 20 Leute Hunger. Das ist ja lächerlich. Jungs, geht doch was essen. Das Zeug ist da. So, hier ist zumindest bei allen. Dann können wir die Bude auch abreißen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Sägewerk. Ach, die Kohle des Helden. Also den Holzkühler, das können wir uns noch... Das können wir noch ein bisschen auf die lange Bank schieben. Die nächste große Frage ist natürlich, wenn ich dann mit den ganzen Ingenieuren fertig geforscht habe, was mache ich denn dann noch? Weil dann brauche ich die ja für nichts mehr. Ich finde es übrigens ein bisschen unglücklich, dass die Typen Ingenieure heißen. Weil an sich sind das einfach nur Fachkräfte. Weil die gleichen Typen, die hier in der Forschung arbeiten, arbeiten ja auch im Krankenhaus und ich habe ja keine extra Arzt-Ressource. Das Spiel wird immer so spekter. Auf der Abgesehen ist es wahrscheinlich so Leichen nach Hause schicken, wenn man so den... Hey, ein Transporter ist angekommen. Buhu, mit einem Arbeiter. So. Oh, oh, oh. Guck mal, da. Da. Temperatur wird sinken. Oh, oh, oh. Wir müssen vielleicht doch über den Holzkohle-Mailer nachdenken. Ähm. Wird da plus drei? Das ist ja kein... Ich wette, das kostet übel viel Motivation, wenn die Temperatur um 10 Grad sinkt. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass da gleich direkt die Motivation runtergeht. Dass es noch andere negative Effekte hat. Ähm. Das heißt, dann ist es vorbei hier mit den schönen 30% extra Bonus. So, okay. Das wird morgen sinken. Prognose für Giftgaswert. Aktuell Giftgasgehalt hoch. Ich hätte ja wie gesagt gerne die zweite Ding in der Krankenhaus. Prüfliste wird morgen früh fertig. Die braucht auch elf Stunden. Jetzt fühlt sich die Wildbeute. Aber bis jetzt hat sich das noch nicht ergeben, dass ich noch mehr brauche, ne? Weil bei allen Dingen sind ja auch immer Leute, die unterwegs sind. So, große Frage. Was bestelle ich denn jetzt noch Schönes? Ich habe ja Angst, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ich nichts mehr bestellen kann. Ich glaube, mehr Arbeiter, auch wenn das Nahrung an sich ein Problem ist. Ich habe noch 50 Plätze, ne? Also 30 Plätze habe ich. 20 davon sind ja Pflegeheim. Ich glaube, es ist noch an sich ganz klug. Ich könnte auch noch einen Dampfkern bestellen. Ne, ich bestelle mal mehr Personal noch. Machen wir mal 10 Mann mehr. Ähm. Das ist, glaube ich, ganz gut. Weil ich muss hier, ich muss hier bald die Stahlplatten gießen und die Holzgerüste bauen. Das frisst es Tag 25 um 15 Uhr. Er baut das Fundament, ja. Achso, wir sind, wir sind noch vor der Fälligkeit. Tag 25. Ich habe 10 Tage Zeit für die zweite Phase. Okay, gut. Da sind noch raus, was am Standort passiert ist. Dann mache ich. Wie gesagt, ich ahne irgendwie, dass es eher negativ ist. Aber die sind auf jeden Fall gleich zu Hause. Sollen das eigentlich Schlittschuh darstellen? Ist mir auch gar nicht zugefroren. Von drei Tagen wird es kälter. So, in 24 Stunden ist meine Dingens da. So, die hier. Gefährlich. Hm. Jetzt rennen hier ganz schön viele Leute auf diesen Ort hier rum. Dafür, dass Andrew Cope in der Verlade, riesiger Kohle, hoffnest an Arbeitsplatz. Ach, siehste. Oh, warte mal. Die Dinger sollten vielleicht schnell alle sein, die Kohle haufen. Oh, die haben noch plus drei. Das ist, glaube ich, noch egal. Nicht, dass ich jetzt einfach die ganze Hitzeforschung zu Hause habe. So, könnten jetzt bitte alle Beteiligten bitte mal was essen? Das nervt. Dass die hier mit ihren scheiß Hunger nicht abhauen. So, jetzt kann ich doch eigentlich mal Krankenhaus runterfahren, ne? Also Krankenhaus runterfahren ist deswegen relevant, weil... Dann kann ich hier nämlich noch drei Arbeiter sparen und stattdessen fünf Ingenieure reinstellen. Ich weiß, ich könnte jetzt theoretisch noch einen Ingenieur mehr... Obwohl, eigentlich nicht nur theoretisch. Ich kann es auf jeden Fall machen, so Arbeiterlager. Guck mal, zwölf Stunden bis sie ankommt. Das ist wesentlich schneller, als wenn ich... Also wenn ich die halt mit einem Umweg schiebe... Eigentlich kann ich noch eine Werkstatt mehr brauchen. Das wäre ja Quatsch, die Ingenieure zu verschwenden, ne? Die stehen ja nur rum. Essen tun die sowieso. Weil ich brauche ja eigentlich kein besetztes Krankenhaus, wenn sowieso niemand krank ist. Ich meine, es ist nur ein Arbeiter hier. Nikolas Gage. Hätte doch zehn werden können. Ähm. Ob das Ding noch fertig bis morgen früh um acht? Das wäre schön. Ich frage mich halt, ob sich das negativ auswirkt, wenn ich die Leute mal nachts arbeiten schicke. Weil ich habe das bis jetzt im Läden playthrough gemacht. Ich habe halt die extra Personal abgestellt zum... Zum Dingsen. Sondern habe die halt immer... Das machen lassen. Ich glaube, die Verladebahnhof... Ich könnte jetzt maximal den effizienteren Verlade-Dings hier erforschen. Weil ich das... Damit ich weniger Leute da beschäftigen muss. So, dann kann ich mich hier noch Ingenieur reinstellen. Dann ziehen wir hier noch... So, zwei Mann reichen ja wohl, ne? Wenn drei Leute in Behandlung sind. Das reicht ja wohl. Haben wir nämlich noch sechs Mann frei. Diese sechs Mann könnten hier in einer Stahlabholung arbeiten. So, achso. Na, die sind hier. Das Ding ist eh bald fertig. Das ist das morgen fertig. Das Sägewerk, den kann ich auf das andere Sägewerk umverlegen. So, hier die. Kohle. Was ist denn jetzt eigentlich mit der Giftgas-Konstruktion? Ich denke, die wird weniger. Ah ja, ist passiert. Morgen geht sie wieder hoch. Achso, die endet aber auch. Das passiert genau wie das Wetter. Also morgens um sieben. So, dann Stützkonstruktion. Boah, das geht so schnell hier. So, die sind... Achso, Moment. Schön, dass mein Transport auch genau an diesen Arbeiterlager eigentlich vorbei rennt. Drei wegen fehlenden Kranken. Achso, hier arbeiten wahrscheinlich die drei Kranken. Die müssten ja bald behandelt sein. So. Warum haben die jetzt eigentlich... Achso, die haben... Das sind so effizient. So, kann ich jetzt hier nochmal? Nee, kann ich nicht. Warum sind denn hier eigentlich... Achso, die sind von alleine da so effizient. So. Krankenhaus-Prüflisten. Das wird auch nochmal gut. Wie gesagt, effizient ist meine... Effizienz ist meine... Ist mein großes Forschungsziel. Judy. Was habe ich hier gesagt? Ich möchte auf jeden Fall... Ich möchte noch schnell... Innovationsprozess... So, Sicherheitsverbesserung hier... Ist wahrscheinlich sinnig. Aber ich mache jetzt mal schnelles Laden. Der Hafen ist 10% effektiver. Effizienter. Nicht effektiv, effizienter. Dauert nämlich nur 8 Stunden nach Forschung. Das müsste nämlich irgendwie mit 6 Forschern hier... Warum dauert das eigentlich so lange immer noch? Ich habe zigtausend Forschung. Das dauert trotzdem noch ewig, ne? Ich habe 5 Forschungsboden. Also, wie gesagt, habe ich das Gefühl, das skaliert nicht so ganz. Also... Das ist so... Und viele Küche verderben den Brei-Ding. Also, ich habe jetzt zwar tonnenweise Ingenieure. Aber mir scheint nicht so... Also, ich meine, das sind... Also, die Forschung dauert original. Mit 100% Forschungsgeschwindigkeit dauert halt 10 Stunden. Und ich habe halt 5 Forschungslabore. Also, mit 1 würde es 10 Stunden dauern. Ich würde halt lieber parallel forschen. Ich würde lieber... Ne, warte. Ich habe 7 Forschungsboden. Ich habe 7 verdammte Werkstätten. Es wäre wesentlich besser, wenn ich an 7 Forschungen gleichzeitig forschen würde. Mal davon ab, wie ich mir das nicht leisten kann. Aber pro nicht leisten. Ich muss hier mal kurz mein Holz verbauen. Mir fällt die Miskrammer so auf. Es gibt in diesem Szenario eigentlich kaum einen Grund, ein Lager zu bauen, ne? Weil ich kann halt die ganze Zeit zumindest Eisen und Stahl... Kann ich ja immer schön vorrätig halten hier in der Bude. So. Sind immer noch 3 Leute krank. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Oh, es hat einfach einen Tag. Achso, ich kann die sogar manuell entlassen. Ist ja schön. So. Haben wir jetzt endlich mal die... Wir haben nämlich gleich die 25 Profile. Nämlich jetzt. Das führt uns selber jetzt zu dem Punkt, dass wieder viel Arbeitskraft in den Scheißgenerator drauf geht. Bauprofile. So, alle brauchen nur 30. Also, nur 30. Den kann ich eigentlich nur mit halber Kraft Bauprofile weiterherstellen. Ist ja immer noch sehr effektiv. So, dann mal das Problem ist aber, dass das hier gerade höchst tödlich ist. Dann machen wir das also nicht. Oder halt nur mit halber... Das ist jetzt eh gerade nachmittag, ne? Halbe Schicht. Arbeitssicherheit hoch. Dann ist es nur ungesund da zu arbeiten. Bis morgen sind dann hoffentlich genug Bauprofile fertig, dass wir das auch machen können. So, die Jungs sind hier gerade eh fertig mit ihrem Sägewerk. Dann machen wir mal das da. So, wir haben noch sechs Bauprofile vor uns. Morgen kommen nochmal zehn Arbeiter. Den Bingenbaum reißen wir ab. 170 Tüchelöffungsschacht. Achso, ich habe ja den Ventilator erforscht. So, das läuft immer noch ganz gut. Hä, warum ist das jetzt okay? Achso, weil jetzt das komische Arbeitsministerium zuschlägt, oder? Ja, machen wir gleich super sicher hier. Wenn wir mal kurz ein Spiel anhalten. Wenn die jetzt eben nur noch zwölf Stunden arbeiten, äh, ein paar Stunden arbeiten, dann... ... sind ja Leute krank. So wie ärgerlich. Jetzt ziehe ich mal die... Wie fahren wir denn hier in den Stahldingern? 120, 180? Können wir, glaube ich, die Leute im Verladebahnhof hier mal auch mal abziehen, ne? Warte mal, müssen wir eigentlich mal kurz gucken. Die stellen 54 pro Stunde her. Und die Dinger... ... machen weniger. Das muss ich mal austarieren. Wenn ich hier das... ... das Papier, wenn ich hier Zähne drin habe, dann mache ich... ... 14 pro Stunde. Und das Ding ist voll belegt und macht 6,5. Also... ... 13. Also den Stahlverladebahnhof muss ich tatsächlich voll belegt halten. Müsste ich theoretisch. Aber das Holzding muss ich nicht voll belegt halten. Warte mal, das ist... Das erreicht doch nicht sofort voller Effektivität, wenn ich die Leute hin und her schiebe, das mal weniger. So... Das dauert 20 Stunden, das Ding herzustellen. Wir sind anscheinend, glaube ich, gerade 4 Stunden vor Fälligkeit. Aber wir sind hinten dran, ne? Aber die Stützrahmen müssen nie gebaut werden. Wenn es schön ist, die Stützrahmen reiße ich am Ende des Tages wieder ab, ne? So, jetzt sind die Dinger... Achso, wir haben keine Forschung. So, jetzt, 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 jetzt. Holz-Kohle-Mailer wird, wie gesagt, sehr interessant, wenn es kälter wird. Aber dann wird ja auch nicht sofort kalt-kalt, sondern nur so kältlich. So, Lüftanlagen-Entkopplung, wie gesagt, brauche halt mehr Kohle. Das ist halt schwierig für mich, ne? So, machen wir erstmal Sicherheitsvorkehrungen hier. Weil... Weil noch sieht das hier gut aus, aber wenn es morgen eins mehr wird... Vor allem nach 16 Uhr wird es hier unsicherer. Weil ich habe ja die Lüftungsanlage, habe ich ja nur für das Hauptding. Ich muss Kohle sparen. Kannst ja nichts machen. So, schnelles Laden davor. Wie lange brauchen die hier noch? 13 Minuten sind also gleich da. Also wahrscheinlich... Wir sparen ich immer kurz vorher ab. Vielleicht ist das ja total negativ. Ich möchte das vielleicht später verschieben. Ähm... Lager 120. Sind dir nicht sowieso schreckt die Inhalte... Achso, war die krankste Zerhälfte. So. Wir sind da. Dutzende Arbeiter schauen uns verdächtig an, als wir uns nähern. Sie haben Hunger und tragen nur noch Lumpen, die ihre Wunden sichtbar machen. Erforschen. Die Arbeiter erzählen uns von Standort 120, wo sie unter unmenschlichen Bedingungen von ihren Sklaventreibenden Boss geschunden wurden, bis sie eines Nachts genug hatten und davongelaufen sind. Sie flehen uns an, sie nicht zu verraten, wenn wir an ihren Standort ankommen. Sie sind ausgehoben und ungefähr die Hälfte ist noch dazu krank. Sie werden die Wildnis allein nicht überleben. Entdeckt der Ort. Eingeschlüssel, lass sie in Ruhe. Bringt sie in unserer Lage. Die Wildnis werden mit den Arbeiter in unserer Lage auf... Soll sie sich bewegen. Wir können später zurück... Nein, wir bewegen uns... 50 Arbeiter! Oh, verdammt. Da hab ich mal wieder ein bisschen schnell geklickt. Da müssen wir mal kurz... Da müssen wir mal kurz mal ein bisschen... Aber 50 Arbeiter sind super. Ich meine, klar, ein paar von diesen Verletzten. Aber wir haben das Krankenhaus. Wir haben die Krankenhauseffektivität. Wir haben die Zusatzration. Das... Das kriegen... Die kriegen wir... Ja, die Jungs. Das ist kein Problem. Hoffe ich. So, 50. Wir haben also... Uns fehlen noch... Was kommt 10 Uhr noch an? Uns fehlen uns noch einige Betten. Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich mal eine zweite Kirche bauen werde. Äh... Einwohner. So, wie viel Reichweite hat die jetzt hier die Kapelle? Okay, wir müssen noch nicht zwingend jetzt... Ist noch eigentlich noch... Ah, keine Kapelle bauen. Aber wir brauchen... Auf jeden Fall einige Zelte. Achso, hier kann ich wieder keine Zelte bauen. Ach. Ich sehe schon, ich hab das Ding schon maximal... Ah, hier hab ich auch schon. Ach, hier kann ich noch einen bauen. Dann bauen wir da noch einen. Hä, der ist in einem Weg dran? Wo ist nicht ein Weg? Ach, da. Achso, jetzt für den Krankenhaus wird. Gut, dann muss ich die anderen Jungs... Muss ich den hier bauen. Mir fällt gerade so eines... Eventuell eine gute Idee, wenn ich hier mal einen Weg durchgehen. Ich bauen würde nur so... Eins, zwei, drei. Dann in die Mitte in der Kapelle. Es ist schön, dass ich das... Wie spät ist es? 14 Uhr? Dass ich das jetzt schon beauftrage. Ist vielleicht gar nicht so klug, weil dann machen die sich jetzt gleich alle auf. Um das anzubauen. Da sind die da in 5 Stunden. Okay, ist vielleicht doch ganz klug, wenn ich das jetzt mache. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 8. Ich kann nicht rechnen. Sind 64? 6 mal 8 sind nicht 64. Wie viel mehr ziemlich hier eigentlich? Sind 48. Das sind 48, 40 Plätze. Das sollte reichen, plus die da oben. Das passt. Wir müssen ja immer ein bisschen mehr planen. So, wie schaut's mit unserem Holz aus? So, die Binnenwahl an hier. So, hier auch. So, Judy. Ja, vielleicht ein paar Stunden, ein paar Leute auf dem Boden liegen, aber kannst du das schon machen. Die Profile gehen uns auch nicht aus. Das Ding ist in 18 Stunden fertig. Ohne, dass ich Bauprofile draufwerfen musste. Schade natürlich ist, dass ich jetzt nicht nachts noch die Gießerei... Haus der Krankheit. Ein besorgter Sanitäter berichtet vom Ausbruch einer Geschlechtskrankheit im Freudenhaus. Zumindest seine Mitarbeiterin hat Tripper und verbreitet ihn. Wir müssen die Angestellten sofort untersuchen und die Infizierten nach Hause schicken, oder sie zumindest in Quarantäne stellen. Heilt die Infizierten, schiebt die Infizierten, werden als schwer krank eingestuft. Die Unzufriedenheit steigt. Das ist okay. Schließt das... Die Unzufriedenheit steigt ab. Heblich. Das können wir uns nicht leisten. Die Einwohner werden häufig krank. Nein, wir heilen die Infizierten. Wenn dann ein paar Leute mit Tripper sind. Bisschen Unzufriedenheit. Ah, anscheinend kriegen wir den ja geheilt. Insofern ist da alles super. Hier ist alles super. Wir haben übrigens mehr als genug Nahrung, würde ich sagen. Achso, wir könnten übrigens jetzt wieder Leute abziehen hier. Also, die Ingenieure, die haben nichts zu tun den ganzen Tag. Ähm. Ja, also das ist, wie gesagt, die Genesen hier halt vor etwa einen Tag. Zu viel zu den Gläubigen im Puff. Naja, was müssen wir machen. So, in vier Stunden sind die anderen Typen da, aber in drei Stunden... Okay, eine Hütte wird schon mal fertig. So, das Ding ist eigentlich auch fertig. Also, den Abriss muss ich nachts befehlen, sonst würde das ja nichts. So, und die hier... Naja, die haben noch genug Vorricht. Den Jachthafen müssen wir jetzt nicht zu beziehendermaßen betreiben. Das schwankt immer so ein bisschen. Das ist nicht gut. Der ist gerade bei 143% Effektivität. 13% macht das schnell laden. Das war ein komischer Wert. Nein. Du seist du. Es ist aber wichtig, dadurch, dass ich die Effizienz erforscht habe, kann ich den Ort hier mit weniger Leuten betreiben und trotzdem plus machen. So, coole, die sind auch gerade hoch. Das ist gut. So, die Hütten werden schon gebaut. Das ist auch sehr gut. Also, wie gesagt, die Kirche ist halt auch wichtig. Wir machen übrigens noch mal das hier noch. Kriegen wir noch mal ein bisschen die Nahrung weg. So, erhöht sich die allgemeine Motivation. Also, die Motivation sieht bei mir großartig. Also, wie gesagt, ich habe halt große Angst, dass halt irgendwie bald der dicke Motivationsschlag kommen wird. Wo dann alles in den Keller geht. Ich überlege gerade, ob ich spontan vielleicht hier mal ein paar Arbeiter runternehmen kann in den Nachthafen. So, das haben wir erforscht. So, dann Sicherheitsverbesserungen in der Maschinenwerkstatt. Neuentwickelte Vorlagen. Das ist auch sehr interessant. Also, wieder mehr Effizienz. Potsche, die Hafen. Wie gesagt, Dampfladeoptimierung. Das wäre ja deswegen interessant, weil ich dann halt auch die Sammeloptimierung erforschen kann. Ähm. Mhm. Die komischen Gasttauscher brauchen wir gerade für den Moment nicht. Wie gesagt, das Überladen ist halt auch so interessant, dass ich halt... Ich glaube, sie Dampfladen auf der Baustelle zu überladen, wo ich die Arbeit am Generator beschleunigt werde. Das ist eigentlich saustark. In Verbindung mit der Zusatzproduktion. Wenn wir natürlich genug Stahl haben, vorausgesetzt, ne. Weil 10% mehr, einfach mal wupp, wupp, wupp. Das ist halt schon geil. Vor allem nur, nur 5 Dampftauscher. Oh gut, wir brauchen 50 Stück für das Endding. Das ist natürlich dann schwierig wieder. Ich mache mal noch die Sicherheitsverbesserung hier. Die Gießerei, die wir noch gar nicht gebaut haben. Oder ich mache die Innovationsverbesserung. Ne, wir machen ja so die Sicherheitsverbesserung. Weil ich muss irgendwann anfangen, diese Dinger herzustellen. Und. Dann werde ich wohl nicht umhinkommen. Übrigens, ich bin mir halt immer noch unsicher, ob es was bringt. Ob das hier so ein City-Skyline-artiges Ding ist, dass du halt, wenn du Wege baust, das wirklich was bringt. Weil das Ding ist jetzt zum Beispiel, mein ganzes, ich sag mal so auf Ding, mein ganzes Dorf hier hat nur einen einzigen Weg in die Fabrik rein. Und die mussten halt, bis dieser Weg hier gebaut war, mussten halt immer hier quer in die Mitte durchlaufen, um in einen der anderen Bezirke zu kommen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so klug ist. Apropos, apropos, klug. Ich lasse die Wege hier mal bestehen, falls ich irgendwo draußen noch was bauen muss. Ein zweites Arbeiterdorf oder so. Sobald ist es nicht mehr über die Hälfte der Bevölkerung, oder? Mehr als die Hälfte, aber ein paar Zutritt zum Badehaus. Das ist zweifelig an, die Aussage. Guck mal, hier sind noch zigtausend Hütten. Schau, ich bin nicht mehr auf. Ja, ist klar. Hütten einer Stunde ist meine zuhersichter Arbeitskraft da. Mal zwei Stunden. So, morgen geht übrigens das Gas wieder hoch. Ah, please story your twos. Ja, das ist wichtig, dass es mich eine Sicherheitsvorschrift, das Werkzeug wegzulegen. Ja, ja, Freunde. Hm. Hier auf der Werkstatt war sowieso vorher schon Schicht im Schacht. War so ganz gut, es war die Luftfilterung hier sowieso nie aktiver. Warum arbeiten jetzt hier eigentlich nur noch zwei Leute? Ich dachte eigentlich, ich hätte zumindest drei Ingenieure da abgestellt. Na gut. Ähm, Jungs, Nachtschicht. So, Nahrung geht tatsächlich gerade mächtig hoch. Aber schein, aber das ist ja auch gerade nur, weil das die, die, die Typen hier immer das zum Teer schicken. Die und ihren, die Arbeitszeit des Lages beträgt vier Stunden, eine Stunde. Fängt nach einem Tag. Also das sind ja die, die Fischfänger, die, die werden ja auch nicht ewig machen. Wenn es keine Staus gibt, würde der Schnellstückliche Weg kein Problem machen, ne? Ja, ist halt die Frage, ob das, also sie laufen glaube ich nicht auf Nichtwägen. Also wäre eigentlich unlogisch, weil hier ist ja kein Schnee. Im Normalspiel ist es hier über Schnee, wo die Leute hier auch so lang kriechen. Du kannst dir in dein Quartier auflösen oder zurück zur Ebene schicken. Jo, ähm, wir haben noch zwei, also, jetzt ist wieder der Punkt, wo ich wieder die Forschung abziehen muss, aber wir wissen ja bereits, das macht prozentual relativ wenig Unterschied. So, dann können wir das Krankenhaus wieder voll belegen. Dann das voll belegen, dann das voll belegen, dann fehlt ein Mann. Nehmen wir die hier alle raus, dann nehmen wir das hier voll. Dann machen wir hier Ingenieur voll, dann, was? Achso, die Dinge sind da aus. Deswegen. So, dann machen wir hier Essen. Gut, dass wir gerade zu viel Essen haben. Das Ding, warum geht das nicht? Achso, wenn niemand drin ist. Noch nicht. So, dann machen wir hier. Das Spiel mal drei Sekunden fortlaufen. Das ist nicht deaktiviert, das Haus, oder? Das hat auch keine Patienten. Transport ist angekommen. Noch mehr zehn Arbeitern. Ja, gut, dass die Dinge gerade fertig geworden sind. So, das heißt, wir haben jetzt mächtige Arbeitskraft. So, das Krankenhaus läuft auf Hochtouren. Warum läuft diese Synthese-Station nicht? Achso, die Jungs hier. Jungs, ihr macht euch wieder auf den Weg. Wir laufen jetzt nach Steingewöbel, würde ich sagen. Das sind ja die Erkunde, das andere sind die Dinge. So, guck mal, hier ist die, die Plattenwerkstatt, das fertig, was kostet das Zeug hier? Ein Stahlgemisch kostet, äh, äh, ist das teuer. Äh, das ist ja tödlich teuer, der Scheiß. Na gut, dass ich das nicht sofort brauche. Ähm, ich glaube, wir müssen Planholzkohle, Kühlerei mal ein bisschen nach vorne verlegen. Weil das ist ja behinderteuer. Das kann sich ja kein Arsch leisten. So, jetzt hier. Jetzt zur Aseration. Danke. So, haben wir noch die Kirche? Ne, die Kirche brauchen noch. So. Also, wir können jetzt 20 Leute gleichzeitig behandeln, aber ich habe ja auch noch, ich habe ja noch Pflegeheime, ne? Und das ist auch keiner schwer krank, ne? Also, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Achso, das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich tatsächlich mal manuelle Leute hätte entlassen müssen. Vorhin waren noch zwei Leute schwer krank, ne? Und ich glaube, ich hätte die entlassen müssen. Also, wir können übrigens wieder was bestellen. Ich weiß, glaube, brauche jetzt erstmal kein zitzige Arbeit. Das heißt, ich bestelle jetzt erstmal einen Dampfkern. Und ich bestelle jetzt tatsächlich mal meinen über, überjugendlichen Überschwang, meine Prothese. Achso, das Ding können wir abreißen übrigens. Ähm, das ist tatsächlich, ja. So, und jetzt haben wir auf jeden Fall genug Arbeitskraft, um hier das ganze Zeug zu belegen. Denn, muss ich jetzt echt über den Holzkohlemeiler nachdenken. Und dann müsste ich anfangen, Dampf tauschen zu machen. Also, ich kann mir das halt kaum leisten, hier die Dings, also 50 Kohle, für so eine scheiß Platte, und 25 Stahl. Da gehe ich schnell pleite dran. Ich baue schon mal eins rein, und stelle mal 20 Mann rein. Also, wir haben ja gerade Arbeitskraft ohne Ende. Das wird sich gleich wieder, das wird sich gleich wieder gehabt haben. Bin mir sicher, ich werde die irgendwie wieder verbrauchen können. Wenn die Kohle Haufen machen jetzt ja auch nicht mehr ewig mit. 2.300. Wie sind A, Ü, O, denn Euro oben gerechnet? Das war jetzt auch ein Gluckpapier. In der Tat, so ungefähr die Hausnummer wird es sein. So, es kostet alles Stahl. Das bringt mich wieder zu den Gedanken, dass ich vielleicht doch den doppelten Stahlhaufen brauche. Das nächste Problem ist übrigens nur, je mehr Leute ich hier noch begrüße, ich kann ja, ich könnte jetzt noch längere Arbeitszeiten einlegen, aber ich glaube, ich habe irgendwann mal versprochen, dass ich weniger lange Herz-Nahe-Ausgaben verlängert habe. Genau, ich könnte noch die längeren Schichten machen. Kompensation für längere Schichten. Die Zufriedenheit steigt leicht. Neue Schichten, der Abwärtskandidier, der Errichtung, äh, kann ich da, das ist, das kommt, naja, das ist die, Kompensation klingt halt auch ganz interessant, ne? Das kostet bestimmt Nahrung. Also, das Problem, was ich eigentlich gerade eigentlich sagen wollte, ist, ich kann nicht, ich kann nicht mehr Nahrung erforschen. weil der, weil der, der, der Fischerhafen ist schon das Beste, was ich habe, und man kann den auch nicht weiter erforschen. Das heißt, die, ich kann nicht, einen so einen Fischerhafen abreißen. Also, ich wüsste nicht, wie ich das machen soll, logistisch. Das geht einfach nicht. Aber das heißt, ich kann auch nicht mehr als zwei Verladehäfen bauen. Und das ist, so viele Leute, wie ich habe, die kriege ich nicht nur mit dem Wildbeutern versorgt. Das ist auch eine, auch eine Kroxium bedenken muss. Ich habe noch zwei Leute übrig. Sind das Ingenieure? Oder normale? Was sind so Ingenieure? Na, die können sie erforschen. So, ich hoffe, ich kriege über Nacht, über Nacht die Leute noch schnell hochgepflegt. Was sind die? Die sind alle nur normal krank. Das geht schon noch. Das kriegen wir hin. Guck mal hier, 250% Effektivität. Effizienz. So, jetzt haben wir zu verkranken. Zur Krankenhausprüfliste. Jawohl. Die Motivation ist auch hoch, wie sonst was. Ich denke mal hier, in einem Tag, sobald der Kälteeinbruch kommt, hat sich das erledigt mit der... Ist gerade einer mehr krank geworden? Es waren doch gerade noch acht, ne? Scheiße. Die Tripperkranken zählen halt als Schwerkranken, ne? Das ist auch ein Problem. So, gucken wir mal hier. Patienten, der etwa drei Stunden... Oh gut, die sind aber gleich alle fit. Hier, guck jetzt, das ist weniger als eine Stunde. Flap, 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 weniger als eine Stunde. Genau, jetzt nehme ich gleich wieder einige weg. So, und hier hoffentlich das gleiche. Etwa in vier Stunden. Auf dem Weg zur Behandlung, etwa in neun Stunden. Auf dem Weg zur Behandlung, etwa in zwölf Stunden. Also hier werden gleich richtig viele Leute, gleich wieder voll gesund. Auf dem Weg zur Behandlung. Also das ist halt, da sinkt jetzt gleich meine Krankenphase erheblich runter. oder? Och, das scheiß Motivationsdick ist hier. So. Also kann sich hier echt keiner beschweren, dass hier mein Gesundheitssystem nicht funktioniert, ne? Was läuft? Judi, das haben wir also. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass ich hier quasi bei der Fälligkeit so ein bisschen hinterher hänge. Wir müssen ja nicht auch weiter hier noch Profile herstellen. Wir haben jetzt nicht gerade Holzübermarsch, sag ich mal. Die Verladeeffizienz, die brauche ich noch. Die brauche ich noch. Ich nehme mal nicht an, dass ich nochmal mit so einem Manpower-Geschenk rechnen darf. Die hier arbeiten auch noch. Die holen auch noch mal so viel Holz. Hier ist noch ein Stahlhaufen? Ach so, der bleibt da von dem, was hier früher mal war. Warte mal, der Stahlhaufen wird immer noch beackert? Oh. Oh. Der ist mit drin in meiner Kalkulation. Aber es sind 15 Mann, die ich gleich mehr habe. Den habe ich gar nicht gesehen, diesen klitzekleinen Stahlhaufen. Upsi. So, warte mal, wie ist denn hier die Sicherheitsbedingungen? Das ist ungesund. Die Gießerei. Aber so wie es ausschaut, kriege ich die Gießerei sowieso nicht dauernd betreten. Dann können wir hier auch genauso gut noch die besseren Prüfzeiten machen. Das verkochen wir eigentlich gerade. Ach ja, die Sicherheit in der Gießarbeit. Das ist schön. Ach, die sind... Die Typen hier produzieren viel zu schnell. Wie viel Holz kriege ich pro Stunde? Äh, Quatsch hier. Obwohl ich produziere... Ah gut, da steht aber nicht dran, wie lange es dauert, ne? Aber so von den reinen Dingens brauchen die drei Minuten pro Schicht. Ja, die sind wesentlich schneller als das. Die sind viel zu gut. Die Gießerei streikt? Och, fickt euch. Kann ich das einfach auswarten? Hä, die hatten doch super Arbeitsbedingungen. Was ist denn los mit euch? Ihr Penner. Also wirklich. Hä? Die waren doch sicher sogar. Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Sie haben die beste Arbeitsbedingungen. Dann kommen die mit so einer Scheiße um die Ecke. Oh, die machen mich fertig, die Leute. Äh, die Streikmechanik ist echt nervig. Also wenn du jetzt wenn du ja auf höheren Schwierigkeitsgrad spielen würdest, wo du dann halt wirklich irgendwie die Sicherheit halt echt mal opfern musst, weil du dir das nicht leisten kannst, so Sicherheitsausbruch zu kaufen. Aber das ist es ja nicht mal. Ich habe ja eigentlich... Kann ich eigentlich mehrere Stützrahmen gleichzeitig bauen? Also wenn ich jetzt hier noch einen bauen würde, könnte ich den zwei Baustellen gleichzeitig bauen? Wahrscheinlich, oder? So, Maschinenwerkstatt, die Lüftungsanlage kostet übrigens auch einen Dampfkern. Ach, so ein Ärger war auch. Na gut, in 13 Stunden kommt ja der nächste Dampfkern. Ich sehe schon, ich werde übrigens die effizientere Ladestation brauchen. Ich brauche mehr. Also ich kann jetzt eigentlich nur noch Dampfkerne bestrengen. So, okay, was wollt ihr von mir? Die Arbeiter streiken. Die Arbeiter sind wütend und weigern sich zu arbeiten. Sie lassen sich lautstark über Ausbeutung und bla bla was versprichst du ihnen? Wie ist es an sich ein Rest des Stars frei sein? Versuchen sie, bis zu sich zu beruhigen. Ja, das ist hier. Die Unzufriedenheit steigt erheblich. Die Forderungen können massiv steigen. Mit doppelten Rationen. Die Unzufriedenheit steigt erheblich. Wie viel Essen habe ich denn gerade? Warte mal. Ja, vor allen Dingen, das ist auch so lächerlich. Ich habe ja nicht mal mehr Optionen, weil denen geht es ja so gut. Die haben gar kein Problem. Okay, ich save-scumme das jetzt und versuche mal das hier und wenn es nicht klappt, lade ich. Okay, es lebt. Funktioniert nicht. Oder? Oder? Die Arbeiter lehnen dann. Okay, wir save-scummen. Die Streitmechanik ist wirklich ein bisschen unvorhersehbar. Die hatten ja nicht mal ein hohes Streikrisiko oder sonst irgendwas. Ja, okay, dann kriegt er doppelte Rationen. Hat anscheinend geklappt. Vor allem das Beste ist auch, die stellen nicht mal was her, diese Idioten. Weil sie gar keine Pläne haben für diese dummen Stahlplatten. Weil ich habe ja auch gar keine. Ich habe auch das Gefühl, dass die Arbeiter mich so ein bisschen... Gut, dass ich die Winterheimvorräte geklaut habe. Sonst würde ich hier noch viel weiter im Hintertreffen stehen. Vor allem, die haben kein Problem. Die stehen super da. Die haben... Die sind sicher. Wisst du? Das ist so lächerlich. Die erfreuen sich allerbester Sicherheit. Und dann jammern die Typen rum. Das ist nicht ihr Ernst. Ich kann mir eigentlich kaum weitere Pläne leisten. Ja, dafür muss man nicht stahlen. 50 Kohlen noch. Oh, meine guten Kohlevorräte. Abholst Stahl. Der ist auch gleich aller. Aber es dauert ganz schön lange, in so einen Stahlhaufen leer zu räumen. Ha. So, elfkrank. Oder was heißt elfkrank. Wann sind die hier fertig? In etwa neun Stunden. Krankenhaus. Weniger als eine Stahlsender. Ambrose Kappel. Also da könnte ich die Leute aus diesem komischen Lager da echt nicht beschweren bei mir. Und das ist die die Harte. So, hier. Holzprofile. Genau das gleiche Problem. Ich kann ja nicht so viel produzieren, um das da möglich zu machen. Ich könnte jetzt jetzt maximal noch ein... Ich sollte vielleicht doch die Sammelfizienz erobern, weil ich kann ja den besseren Yachthafen noch erforschen. Ich war ja vor allem mit so viel Effektivität. Och, das ist schrecklich. Ich kriege die Leute nicht ausgelastet. Ich kann nicht so viel herstellen. So, die kann ich auch abziehen. Wir haben jetzt ja nur noch zehn Kranke. Das heißt, wir können wieder mehr in die Forschung setzen. Auch wenn es bekanntermaßen nichts bringt. Die sind doch hier auch unter beschäftigt. Da könnte ich gleich dreimal abziehen. Ich weiß gerade nicht so richtig, warum. In fünf Stunden kommt man ein bisschen Nahrung an. Das ist natürlich wieder zu spät, weil es nach 18 Uhr ist. Ich habe auch gerade 50 Essensrationen versprochen. Das erklärt, wo mein Essen gerade so ein bisschen runter ist. Also die Maschinenwerkstatt kann ich nicht parallel betreiben, um mir noch mal so ein paar Maschinchen zu, so ein paar Dampftauscher herzustellen. Oh, dem fehlt schon wieder das Holz. Wir haben ja, noch habe ich noch ein Sägewerk am Laufen. Das ist ja auch bald vorbei, der Spaß. Oh, was wollte denn jetzt schon wieder? Das Ende einer Welt. So, einer unserer Ingenieure hat einen Brief vom Verwandten aus Indien erhalten. Daran steht, dass plötzlich Herr Frost die Plantagen vernichtet hat und sie nach England zurückkehren, da die Kolonie im Chaos versinkt und das Volk sich gegen die britische Herrschaft auflehnt. Solche Informationen dürfen die Moralen der Leute nicht beeinflussen. Zensiert den Brief. Wie lange dauert das hier eigentlich? Noch fünf Stunden? Naja, das wird dann also heute nicht mehr fertig. Es sei nicht, macht die Arbeitszeit nochmal. Wie schaut das aus? Können auf jeden Fall die Arbeitszeit länger machen. Es sind zwar unsicher, wie die Idioten fangen jetzt an zu streiken, ne? Rastet ich ja richtig aus. So, neu entwickelte Vorlagen. Ach genau, das ist ein Innovationsprozess. Das muss ich eigentlich auf jeden Fall machen. Das hätte ich viel früher erforschen sollen. Ich ziehe die auch sofort ab, sobald die damit fertig sind. Die können sich erstmal woanders nützlich machen an der Stelle. So, hier. Ihr dürft... Was mache ich denn mit euch eigentlich? Achso, jetzt habe ich jetzt die Arbeitskraft gerade freigehabt, weil... Oh, warte mal hier. Ich habe noch Kohle Haufen. Ich habe noch 31 Arbeitskraft. Hier habe ich dann noch Stahl verbaut. Die sind... Ach, das ist auch sicher. Das ist gut. Ja, bis 16. Nur, weil da geht mich die Pumpe aus. Ach ja. So, die können wir auch stilllegen. So, dann kann ich die neu entwickelte Vorlage noch mal, dann kann ich die besseren Dampftauscher bauen. Aber die beiden Forschungen sind gerade wichtig. Aber morgen geht leider das Giftgas hoch. Da muss ich doch mal über die bessere Ventilierung nachdenken. So, vor drei Stunden weniger als eine Stunde. Also, die werden heute noch gesund, die Leute. Das ist großartig. Das freut mich sehr, wenn Leute wieder gesund werden. So, hier. Das... Also, der Jachthafen produziert hier vor dich. Ich weiß gar nicht, wie groß die die Dinge hier sein können, aber... Ja, ich brauche also, hier brauche ich den besseren Jachthafen. Das hilft ja alles nichts. Muss ich mal kurz gucken, wenn ist das hier... Das ist das 20 und genau am Haufen... Also, direkt am Haufen zu sammeln. Ähm... Wie war denn das? Konnte ich die... Konnte ich die Haufen mit... mit... mit Sammelstellen abgreifen? Nee, war... Das Ding nicht. Wenn nicht, muss ich ja in den Ingenieurspulti abreißen. Ich finde es schön, dass die sich so zusammenschließen. Nun gut. Nein, Leute Lady sind Bewertung mit Vielen Dank.